Hiermit fahren wir jetzt runter, weil Franzi zu Fahrräder ist runterzulaufen. Das stimmt gar nicht. Doch. Nein. Franzi ist zu Fahrräder. Da fahren wir mit der Sommerrudelbahn runter. Ja. War das lustig? Was kann ich schon sagen? Er ist mit der Sommerrudelbahn runtergefahren. Von einem großen chinesischen Bauer. Genau. Welch ein Ereignis.